Wogegen soll man eigentlich heutzutage rebellieren? Die Leute sehnen sich nach was Großem, nach einer Idee. Und wenn die kommt, machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass die Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall. Dazu sind wir viel zu aufgeklärt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Wir feiern heute eine kleine Strandparty. Kommst du mit? Wir? Nur mal als Welle-Mitglieder. Welle! Das ist unser Zeichen. Wie eine Welle werden wir die ganze Stadt überrollen. Was hast du eigentlich gegen die Welle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Was machen Sie da? Herr Kohler, glauben Sie mir, Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Wie kommt ihr dazu, unser Zeichen zu ersprühen? Keine Ahnung, wovon du redest, du Striche. Rennung in dein Leben oder ich blauze dir deinen Hirn weg. Nimm die Pistole runter. Tim. Du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. Überhaupt nicht mehr. Frau Wenger, Sie können ja jetzt nicht weinen. Sag mal, spinnst du? Frau Wenger, es geht nicht. Stopp, die Welle! Stopp, die Welle! Stopp, die Welle! Du genießt es, wie sie dich vergöttern und deinen Unterricht strömt, die an den Lippen hängen. Der will euch alle manipulieren! Du musst es abbrechen. Sofort! Sag du mir nicht, was ich machen soll, okay? Sag du mir nicht, was ich machen soll, okay?